Ach ja, das Leben als YouTuber ist schon glamourös. Jetzt ist alles gut, sehr fast da. Das ist schön und macht Spaß. Hat kein Regenschirm, ne. Oh mein Gott. Wer ist das? Einer dieser Touristen wollte mich testen. Ich genoss seine Leber mit einem Aparagon und einem ausgezeichneten Kianti. Ja, sehr gut. Einer dieser Touristen wollte mich testen. Ich genosse eine Leber mit ein paar Farberbohnen und einem ausgezeichneten Kianti. Wie reagiert man jetzt auf Wurzeln? Das wird schon schön wohl, gell. Das ist nett, ey. Äh, zwei. Oh mein Gott. 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 Machen wir den Laden. Mach Arbeit! Ah, ist es deine Arbeit? Ja! Ist es deine Arbeit? Geh arbeiten, Mann! Geh arbeiten!